Wenn du Trainer, Berater, Coach, selbstständige Unternehmer oder Dienstleister bist, dann kennst du diese Situation sicherlich auch. Du schuftest 10 bis 12 Stunden täglich und bist von Messer, Empfehlungen oder Offline-Geschäft abhängig. Und dennoch erzielst du nicht die Einnahmen, die du dir erträumst. Dann ist es jetzt an der Zeit, diesen Teufelskreis nach zu durchbrechen. Hey, wir sind Jens und Pascal. Wir sind die Gründer von den Sales Angels. Wir zeigen dir, wie du mit Hilfe eines automatisierten Kundengewinnungssystems planbar Neukunden für dein Coaching, deine Dienstleistung oder dein Online-Produkt gewinnst und dabei konstant 5- bis 6-stellige Monatsumsätze erzielst. Um dir die besten Ergebnisse zu garantieren, entwickeln wir für dich eine individuelle Komplettanleitung für dein Marketing, die auf unsere Expertise in der Kundengewinnung auf Amazon und Google beruht. Wir leben und atmen Online-Marketing in jeder unserer Phase des Seins. Deshalb kannst du dich zusätzlich auf einen persönlichen Ansprechpartner freuen, der dich motiviert und leidenschaftlich unterstützt. Du profitierst aus der Erfahrung von über 750 Coaching-Kunden und aus über 30.000 verkauften Infoprodukten und das nur in den letzten 18 Monaten. Auch wenn wir dir dabei klare Ansagen machen müssen. Denn wir geben dir das, was du brauchst, um erfolgreich zu sein und nicht nur das, was du willst. Für ein selbstbestimmtes Leben, für mehr Unabhängigkeit, Lebensqualität ohne Arbeitsstress. Unsere Strategie holen das Beste aus deinem Marketing und das bedeutet für dich mehr Kunden, mehr Reichweite und mehr Umsatz. Denn planbarer Umsatz bedeutet Freiheit. Kein Porsche, keine Rolex gibt dir diese Freiheiten, um ein Leben zu führen, welches Spaß, Freude und Unabhängigkeit mit sich bringt. Erlebe auch du jetzt mehr Freiheit in deinem Businessalltag und genieße mehr Lebensqualität und Zeit mit deiner Familie. Sicher auch du dir jetzt mein brandneues Buch Umsatz ist Freiheit und erfahre mehr über deine Möglichkeiten. Okay. Genau. Jetzt kommt die Taste. Und jetzt kommt... Untertitelung des ZDF, 2020